und damit herzlich willkommen zu einem weiteren gta 5 online video hier auf meinem kanal dieses video ist ein ja ganz ganz besonderes denn man kann fast schon sagen dass ein traum von mir in erfüllung gegangen ist außerdem hast du bereits am titel erkennen können dass du eine extrem große zahl an gta dollar steht die du bekommen kannst nicht nur einer von euch nein direkt mehrere von euch können extrem viel geld in gta bekommen falls du wissen willst wie das geht dann bleibt dran schickt das video an all deine freunde die auch gta zocken denn auch deine freunde haben die möglichkeit genau dieses geld eben zu bekommen falls du neu bist lass gerne aber da würde mich sehr freuen zu 20.000 und macht die glocke an damit du keine weiteren videos und streams mehr verpasst wir starten rein in das video bevor wir zu dem ganzen geld und so weiter in gta kommen habe ich eine sache zu berichten denn wie bereits gesagt ein kleiner traum von mir ist wahr geworden und zwar habe ich ab jetzt wo du dieses video siehst meinen eigenen merch rausgebracht mein merch store mein merch shop ist jetzt online ehrlich gesagt hätte ich ja nicht damit gerechnet dass ich irgendwann mal einen eigenen merch rausbringen würde aber jetzt mir in letzter zeit immer wieder vorgeschlagen immer wieder geschrieben ob denn irgendwann merch kommt und ich habe mir ja wünsche zu herzen genommen habe mich hingesetzt und habe ein paar nice designs kreiert und jetzt gibt es eben den merch gucken wir uns ganz kurz mal an und hier freunde wäre mein eigener merch ist der allererste link unter dem video der beschreibung also ja gerne mal draufklicken guckt euch den merch an würde mich sehr sehr freuen wenn ihr davon euch da mal kurz vorbeischaut weil ich ja da schon relativ viel mühe reingesteckt hat wir können es ganz kurz mal durchgehen ihr seht das hier sind die vier designs dass das erste das wo ich habe das va dann haben wir das va am start das sieht so aus dann haben wir mein profilbild also das kanalbild der wolf einmal in grau hier und wir haben ihn einmal in blau das sind unsere vier logos die wir am start haben das haben wir sozusagen pullover in schwarz alle vier dasselbe haben wir in weiß alle vier pullover mit allen vier verschiedene logos dann haben wir jogginghosen am start in allen logos allerdings nur in schwarz und wir haben t shirts am start einmal in schwarz wie gesagt mit allen logos und einmal auf der zweiten seite mit allen logos in weiß das ist mein eigener merch wie gesagt schaut gerne mal bei würde mich sehr freuen und steckt auch einiges an mühe drin ihr könnt hier noch mal sehen wie der pullover mir aussieht so sieht es aus ich habe größe m auf jeden fall logo kann ich noch mal in die kamera halten dann haben wir dasselbe als t shirt das sind die sachen die ich habe das va t shirt und dann habe ich mir die jogginghose gegönnt jogginghose am start mit dem v aims logo hier könnt ihr sehen das sind auf jeden fall erstmal die sachen die ich selber habe danke an der stelle noch mal an merchen sie die das ganze als partner für mich ermöglichen ich bin wirklich zufrieden wie gesagt checkt es gerne mal ab ist der erste link unter dem video in der beschreibung jeder der natürlich merch kauft und irgendwie auf instagram das sind seine story post oder irgendwie bild damit hochlädt wird natürlich auch auf meinem instagram account dann in der story von mir verlinkt auch so und für die die es interessiert ich habe größe m im pullover bin 176 also damit eine einschätzung habt ist mir ganz ganz ein bisschen zu groß minimal einmal in die wäsche dann soll das passen wie gesagt größe m habe ich auf 176 oder sowas so freunde dann kommen wir zu dem punkt der euch alle interessiert und zwar dem geld in gta 5 online denn mein ehrensponsor jg gaming jetzt will ich wirklich mal dass jeder von euch in die kommentare reinschreibt hashtag ehren jg gaming hat mir was zur verfügung gestellt und sie haben mir folgendes geschrieben bei 20.000 abonnenten kannst du als abonnenten special eine milliarde gta dollar für ps4 spieler verlosen und 10 milliarden für pc spieler das meine freunde ist verdammt wild denn ihr wisst normalerweise wenn ich gewinnspiele mache zwei dreimal im monat verlosen wir 20 millionen und sie stellen mir einfach 11 milliarden zur verfügung das heißt meine freunde ihr da draußen habt die chance 11 milliarden gta dollar zu bekommen ich weiß nicht wie es aufteile ob ich so mache dass ich sage einer von ps4 bekommt die eine milliarde und einer bekommt von pc die 10 milliarden aber ich denke nicht ich werde es so machen dass mehrere von euch die chance haben was zu bekommen weil eine milliarde und 10 milliarden ist extrem viel das können wir unterteilen dass wir irgendwie dann ein paar mehrere gewinne auf jeden fall am start haben wann wird das stattfinden und zwar dann wenn ich meinen 12 stunden stream acht den habe ich angekündigt und zwar dann wenn wir die 20.000 haben dann wird dieser stream irgendwann stattfinden vermutlich in den nächsten wochen und dann werden wir das auf jeden fall verlosen dieser stream und die verlosung wird ja wie gesagt anfang april ungefähr stattfinden das heißt die nächsten zwei drei wochen maximal dort solltet ihr auf jeden fall mit am start sind wir werden zwölf stunden stream auf youtube und wird wahrscheinlich werden ja zwölf stunden gta zocken neben etlichen verlosungen werden wir extrem viele tuning treffen machen und so weiter und so fort ich sage ich freunde das wird der wildeste stream den es auf diesem kanal hier jemals gab das war die ankündigung seid auf jeden fall darauf gehypt seid auf den zwölf stunden stream gespannt das wird komplett eskalieren bevor das stream stattfindet wird es natürlich noch andere verlosen geben ich denke mal die nächsten ein zwei wochen werde ich was neues auf instagram starten also wenn ihr mitmachen wollt instagram abchecken blende ich euch hier ein wenn ein punkt games da finden die ganzen verlosungen und so weiter statt in dem sinne würde ich sagen vielen dank fürs anschauen gönnt euch den merch würde mich sehr sehr freuen ja und an der stelle bin ich raus wenn es euch gefallen hat zeige ich es mir gerne mit einem daumen nach oben bis dahin macht's gut und ciao zeige ich es mir gerne mit einem daumen nach oben bis dahin macht's gut und dann